Hey liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Folge mit Flash. Mittlerweile bin ich etwas gut mit dem Helden, ich werde immer besser und dementsprechend auch das Gameplay. Und jetzt viel viel Spaß mit dem Video. Kim K. hat dich eingeladen, als kannst du gegen ihn rip. Wie traurig du klingst, warum denn traurig? Ich bin halt mittlerweile ein wenig müde. Müsst ihr mir verzeihen, Leute. Fregi der Psycho Andreas. Tool-Name-Mitte? Nee, Prater. Okay, ich glaube die Seitenlenzen sind alle da, müssen wir raus. Ja, Donut habe ich Bock. So danken Donut, ein von denen, schon nice. Da war wie weh. Da war Prater? Ja, okay. Der hat es echt geklaut. Die Zahl oben beim Ladebildschirm, das ist der Rang auf dem Server, den ich habe. Also ich bin Rang 6 oder 7 gerade. Okay, der sollte tot sein. Ist der Entwärt ein bisschen fehlgeschlagen. Flash besser als Liliana? Ich finde nicht. Nee. Ich würde Liliana immer noch über Flash picken. Weil Liliana ist einfach komplett broken. Ich habe das Gefühl, der klaut hier alles weg. Die Prater. Ah, traurig auf dem... Wegen dem Donut und nicht mal Smarties, ja. Da bin ich wirklich traurig. Ich sehe nämlich fast keine Sub. Sind vielleicht gerade weg? Keine Ahnung, wo die sind. Ich muss mitte hin. Das war nicht die Wave. Ciao. Guten Morgen. Hallolo. Da ist zum Beispiel einer. Da war es auch hier. Sind schon ein paar Sub. Der Titel ist falsch. Oh, ist ein anderer Tag heute, ne? Hallo, da war es übrigens vorhin verlangt vom Suicide Victory, aber der ist schon wieder weg. Der war traurig, dass du nicht hier warst. Jede Runde bei dir. Timmy ist halt auch ein starker Held. Ist klar, dass der gepickt wird. Leute, da wurde ich sogar getroffen von... Aber erstens, sorry, alles gut. Oh, ich hab auch... Ich muss auch gleich mir irgendwas geiles zu essen noch machen. Irgendwas richtig Nices. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da war real life geht immer vor. Es war nur, dass du es halt gefragt hast. Alles gut. Mein lieber. Na, ich sollte mal zurückgehen. Michael, oder Michael, vielen, vielen Dank für ein Follow. Wohl, ich kann noch nicht zurück. Wenn die da den Drake machen, muss ich irgendwie da sein. Zumindest mit Ulti-Supporten. Und jetzt brauche ich nicht mehr zurück, weil ich Level-up habe. Flash-Best-Arzt-Tool auch nicht unbedingt. Doch, ich liebe das, um die Uhrzeit hier zu essen. No joke. Äh, Don Paso. Gute Nacht. Ciao, ciao. Haben wir da full life bekommen. Passt mich in den Prater-Schuss. Perfekt. Hey, over here. Da oben war Prater. Teleport raus. Teleport für zwei, hol dir. Das ist okay. Tatsächlich. Sehr schön. Ja, das ist halt auch vorhin hier. Meine Werbung, die mache ich nicht selber, Xuri. Die kommt von... Von Twitch. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ah, jetzt hätte ich hinrichten drücken können. Ich glaube, der wäre gestorben. Ab Level 4 ist das stark, ja. Aber ja, du musst halt die Ulti treffen, die ist immer nicht so easy, die ist sehr langsam. Und Toolen ab Level 4 ist halt nochmal eine Nummer krasser, ne? Tool in Level 4, Power Spy, da tut richtig weh. Hey, das Passiv muss angepasst werden. Hey, das Passiv muss angepasst werden. Aber ich finde die gut. Aber ich finde die gut. Die ist doch total balanced und ist eine nice Passiv zu haben. Mit einer der besten sogar durch diesen Movement Speed Bonus, der echt nicht schlecht ist. Schau mal, der kommt doch. Kann einfach weglaufen, der Limmel. Oh, was habe ich da denn gemacht, ey? Oh, Mann. Lilly Level 4 ist viel zu OP. Nee, Lilly im Late Game ist OP. Ach, Leute. Weil es zu OP ist? Nee, die ist doch nicht OP. Die Passiv von Praetor. Ich glaube, ich weiß. Ja, Leute. Wie das ist? Wie das ist? Was haben sie? Woher ist das? Oder? Wie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ich darf noch kurz was meinst du panic gedrückt genau ich wollte finischen selbst passiv ist mega stark ja ich weiß ja wir den so machen können ich habe halt nicht so viele pläne let's go ja ich hatte für die er auch noch ultimate also ich hätte holten können in ihr holt ihr aber die hat ja nicht so viele kids schau mal die hat 5000 gold da brauche ich keine will die für das ding mit dem sprint kommt so nicht bis in die gegner welchen die team das schafft man nicht was hat die damit teleporten die hat bestraft mit die weile ok werde ich vielleicht auch vor dem geld nachschauen können das hat mir einige situationen erleichtert wo ich dachte okay die hat jetzt in teleporter dann entweder da war sie dieser super angreifbar mehr ne du musst halt letztes viele neue das stimmt finde ich aber nice immer mal neue hier im stream sind das hat ja nichts mit abgehoben zu tun wenn du weißt wurde ein ultimate brauchst du sie nicht brauchst das schon mal eine sehr gute sache weil du brauchst halt manchmal keine ultimate für irgendwelche ja ich hätte noch auto drücken können dann wäre so noch leider sind immer gut ja jetzt bin ich rippen bisschen greedy gewesen er hat keine ultimator joker schade klang trotzdem lustig ja das stimmt ein bisschen schon ich muss die nächsten tage mal schauen ob ich es schaffe auf 60 fps zu screen ich habe immer 30 an habe ich hatte echt bock auf 60 fps dann ruckelt das nicht so bei euch wo ich mal schauen weil man das ist eigentlich ganz solide 12 von 15 kürzer und an 14 war ich beteiligt weil es gab einen kill wo ich nicht mit dabei nicht mit beteiligt mehr support für sie mausubi ja ich bin immer froh wenn neue leute hier sind aber es hat auch mittlerweile echt immer mal wieder ja erst mal im stream und so weiter heute zum beispiel gott will schon sehr sehr nice alles klar jetzt in seine tatsache vielen dank noch mal für den riser vorhin ja doch 30 zu 60 fps also ich sehe das schon relativ großen unterschied ich hatte so viele schlechte runden heute mit den mails hier das echt mal schön ist eine runde nicht unbedingt rein zu fieten nicht schlecht das game leute ich schau mal was für eine kill beteiligung wir hatten 40 prozent schaden mit man mit 140 sterne so kill beteiligung wollen wir sehen 95 prozent kill beteiligung junge junge ja i ain't here for the money i ain't here for the fame no one might be nice to own a jet plane i'ma do it all for you come along you see it's true but the world is pretty cold you might need a sweater too i'ma put a ride on ya came from california trying to make it a life in school they never taught ya dreams of my own i've been working from home so 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 so